Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit dem Kabi nach der 30. Welle. Man haben die Welle gemacht. So, wir haben heute aber dann dadurch auch sehr sehr viel zu tun, denn wir müssen ein paar Sachen verbessern. Äh, logischerweise. Erstmal brauche ich nochmal einen zweiten Raketenwerfer. Der hat mich ja schon lange gebraucht. Aber ich werde den einfach bloß hier hinten aufsetzen. Ich wollte jetzt erstmal noch einen Turm bauen, aber ich werde den hier hinten aufsetzen. Das sollte eigentlich hochreichen. Das sollte vollkommen ausreichen. Wenn ich den hier ruf setze. Weil dann kann der, falls die von da kommen, darin ballern und der ballert die drin. Aber ich glaube, die werden alle. Die kommen ja immer von der Seite. Weil das ist nämlich viel zu weit. Wenn die jetzt über die ganze Dings laufen müssen, glaubt das nicht daran, dass die immer von da kommen. Also werde ich das ausnutzen und werde das vielen setzen. Aber was wir jetzt erstmal machen werden, wir setzen Pflanzkübel. Und zwar immer für Holzbäumchen und immer für Strüppholzi. Für Schmelzi, Schmelzi. Für Schmelzen, für Einschmelzen und so. Dazu brauche ich aber jetzt erstmal ein bisschen Fleisch. Denn ich muss mir auch Dünger machen, herstellen und so. Und ich muss jetzt erstmal die ganzen Fallen ausschalten, weil sonst sitzt man nämlich ganz schön in Dunkeln. Alter, das dürfte immer noch. Hört das ja aus. Da war noch ein bisschen Saft drauf. Aber wie gesagt, muss jetzt erstmal alles verbessert werden. Da ist viel zu viel zu tun. Äh, nicht viel zu viel, sondern da ist sehr, sehr viel zu tun, wollte ich gerade sagen. Also erstmal nimm ich hier das Zeug, was ich gekriegt habe. Wie die Horde auseinander. Da verstopft ein wenig mein Inventar. Und damit kenne ich mich aus. Aha. So, weg. 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 Am welchesten. Wann ist das weg? Oh, für sie Plastik haben wir vielleicht gekriegt. Damit kann ich doch leben. So, warte mal, die Bücher kann ich auch erstmal reinschmeißen. So, jut. Also, Fleisch. Würde ich sagen. Ach, kack. Das brauche ich auf jeden Fall. Aber den Rest habt ihr halt schon in der Richtung verhunzt. Warte mal, ich habe ja auch noch eins, zwei oder drei Viecher gekillt gehabt. Ja, wie gesagt, da muss ich gerne auch, äh, wie auch Witze das immer machen. Ich muss ich gerne auch richtig machen. Ähm, naja, muss ich ein paar Pfeilen aufstellen. Na, es geht eben halt nicht anders. So, na denn. Machen wir mal kleine Fläsch. Das ist eh eine Fläsch. Alter, das ist ein Witz, das ist das. Alter, das ist wirklich der einzige richtig extreme große Kreditpunkt. Also, das müssen sein dann. Das ist, äh, das ist Megarotzes, das darf so nicht sein. Also, da müssen sie auf jeden Fall ran. Das muss nachgebessert werden. Es kann ja nicht sein, dass du eh ein großes Fleisch auseinander nimmst und kriegst eh ein Fleisch davon. Das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel. Oh, ich brauche Leder nochmal. Drei Stück. So, was kann ich denn... Ne, Reh ist, äh, viel zu schade. Ein bisschen Bär könnte ich verknusen. Jetzt den Janssen Bär hingepackt. Wo ist denn jetzt den Bär hin? Da habe ich wohl den Janssen Bär. Aber ich will ja nicht den Janssen... Das ist nicht akzeptabel. Da werde ich auch... ...immer sagen, dass das blöd ist. Wurz, technischerweise. So, ich brauche Kofferkabel. Kofferkabel. Ich habe es doch gesagt. Wie viele brauche ich? Ich mache mal fünf. Aber ich muss auf jeden Fall dann auch nochmal Koffer einsammeln. So, haben wir das. Aber das ist ja für das. Das ist ja total un... Aber ich wollte das haben. So, die Kübel haben wir. Jetzt brauche ich... ...nur noch Holz. Genau. So. Also, ich möchte die Bäumchen haben. Und das. Also würde ich erstmal sagen, ich besorge uns erstmal Bräder. Warte da, keine Bräder. Jetzt kann ich erstmal den Benzin rausnehmen. Wenn da noch was da ist. Dann der Karwin will er noch ein bisschen sägen. Denn wir wissen ja alle, Sägen bringt Regen. Ach du Scheiße. So, aber bewegen die sich oder bewegen die sich nicht? Doch, jetzt bewegen sie sich. Die sollen sich mal ein bisschen schneller bewegen. Faulen Schweine. Muss ich auch noch vier... Äh, nochmal vier rinnen stellen. Das ist nicht lohnt. Nee, nicht, dass wir mal mit einem Bipp an den Auge da hinrennen müssen. Hoffentlich reicht. Ich hätte schon lange fertig sein müssen, Karwin. Ja, ich weiß. Aber ich bin auch immer umgezogen. Oh. Und bis jetzt sind wir gut durchgekommen. Gut. Warte mal, wo ist denn die Siege? Da ist er. Äh, Siege. Und die fünf. Und die fünf vielleicht. Ich würde sagen, ich renne Richtung Strand. Da waren richtig stramme Bäume. Waren da. Die werden wir uns jetzt rinnen ziehen. Und, äh... Eisen werden wir uns dann auch noch gönnen. Da ist der Friedhof. Hier waren auch noch Steine. Äh, Eisen. Och, echt jetzt? Willst du mich verarschen? Ich hab jetzt gerade eine Horde hinter mir, du blöde Plumpskur. Gerade ungehalten. Kommst zur schlechtesten Zeit. Äh, warte mal. Ich nehm mal, wie das erstmal hier war. Weil ich nämlich, ja, keine, äh, keine Picke mit bei hab. Machen wir das erstmal so? Wie gesagt. Oh, oh, Kupfer und den ganzen anderen Schiet. Weil das ist doch nicht normal, dass ich keinen Ast rauskriege, wenn ich einen Baum wegknatter. Hallo? Ich würde mal sagen, dass ein Baum mehr Äste hat als einen Schrauch. Aber das ist bloß eine Vermutung von mir. Vielleicht ist es ja anders. Vielleicht will ich mir jedes Mal äh, das bloß ein, weil man sagt ja mal so, umso länger man im Wald ist oder so, erwischen die Erinnerungen. Ha! Ich kann aber dazu sagen, dass ich erst vor kurzem im Wald war und jetzt zwar so kurz vor kurzem, dass es sich um Stundenlos handeln würde. nicht würde, sondern handelt. Ich war nämlich vorhin im Wald. Ja, ja! Aber ich zeige den hier, Strüpp. Nein, ich brauche den kleinen Äste. Und da waren so eine komischen Rubinien. Die waren aber schon ein paar Putt waren die und da habe ich mir ein paar Stück mitgenommen für meine Pflanzen als Wachshilfe. Dass sie gerade stehen. Da war der Kabin im Wald. Das, äh, weiß er sehr, sehr gerne ab und zu mal. Findet cool. Kannst du mal da rumstiefeln, keine Idee auf den Sack. Kein Tatütata oder so. Ist schon cool. Ne? Ohne Biene springen ist scheiße, was? Hallo, du! Warte, komm, du! Nee, nee, du nicht so. Mach mal, nicht so. Die wissen nicht, mit wem sie sich hier anlegen. Habe ich so das Gefühl. Was willst du? Komm mal her, ich brauche dich. Brauche dich wirklich. Du bist nämlich Fleisch. Okay, ich brauche eh bloß von dir, das Fleisch. Ah, naja. Man könnte auch mit dem leeren Inventar gehen, aber naja, gut. Das wäre in der Ecke. So. Das sollte rein theoretisch für ein oder zwei reichen, oder? Dass wir unsere Früchte genießen können der Arbeit. Bist du auf der richtigen Seite des Sounds. Kann ich ja mal sagen. Ja, die sind mich gut. Achso, mein Inventar ist ja voll voll doof ist das. Ja, ich hatte ja auch gesagt, dass ich das leer machen wollte. Habe ich das gemacht? Oh nein, hast du nicht. Was liegt damit? Ein bisschen Größe zwischendurch sammeln. Wo ich noch andere Sachen einschmelzen kann. Wie gesagt, Bäume geben ja nie so viele Äste. Aber ich würde ja nicht groß hier, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, an die Glocke hängen, aber das war ja verkehrt. Ich will mich nicht künstlich aufregen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich muss mal langsam was trinken. Meine Lippen sind schon langsam wieder so pröbel. Ich gebe zu, seitdem wir jetzt angefangen aufzunehmen, habe ich nicht jetzt immer was getrunken. Das ist nicht gut. Das ist verdammt nicht gut. Das sollte man nicht machen. So, ich würde sagen, achso, ich muss mir jetzt, kann ich mir eine See so schnell herstellen? Ich kann doch jetzt da nicht hin und her, hallo? Ich kann das auch hier produzieren, ich brauche doch bloß das Holz. Siehste? Wie ich hier spart. Und das lasse ich dann auch gleich hier. Wisst ihr? Das wäre doch clever, oder? Ich mach mal schnell das Holzfüller. Upsi. Kabin, du brauchst Bretter. Jetzt weiß ich das doch. Ich wusste das doch vorher. Ich habe gedacht, ihr sagt mir noch rechtzeitig Bescheid. Habt das nie gemacht. Das sieht nicht gut für euch aus. Ihr habt dazu eure Verteidigung zu sagen? War schlechte Verbindung, war. So, ich hatte gesagt, achte, ne? Äh. Bretter. Immer diese Bretter. So, und dann kommt nämlich hier Ströp ran. Dann haben wir das durch. Wir haben die zwar noch nie bepflanzt, aber das haben wir dann erstmal durch. Und dann stellen wir hier noch Fallen auf, dann haben wir alles. Dann sind die Fallen rein zu Fleischproduktion und Lederproduktion. Jo. So ist es. So wird es geschehen, so wird es sein. So. Bretter. Haben sie Bretter gesehen? Die war eben noch hier. Bretter. Sorry. Es ist wieder so weit. Jo, das haben wir. jetzt kommt die Ströp mäßig ran. Kostet ja auch bloß sechs. Ist ja geschenkt. Machen wir in diese Richtung. So, wie gesagt, jetzt brauche ich Moment mal. Braucht die Bretter und Blätter? Tatsache. Und nicht. Wisst ihr, was wir machen erstmal hier? Weil ihr kriegt ja denn hier auch ein paar Bilder? Ich kriege ja hier auch ein paar Äste und so. Kann ich doch machen, oder? Machen wir so. Wenigstens drei. Dann kann ich nämlich jetzt das das auch gleich hier stehen, falls mal hier was ist oder so. So, jetzt Fallen. Kleine Fallen. Fallerie, Fallera, hopsasa. Was sind die? Die müssten doch hier drin sein, oder? Ich hab da Fragen. Also rein theoretisch. Ach nee, die sind ja hier. hab nix gesagt. So, da brauche ich Grünzeug. Witzig. Auto. Ich muss an mein Auto. Da sollten Blätter drin sein. oder hier im Schrank. Warte mal, ich komm mal rüber. Ich muss hier. Ja, ich bin hier. Hier bin ich. Das ist verirrt, wahr, ordentechnischerweise. Kein Problem. Freut mich helfen haben zu können. So, dann haben wir das. Da brauche ich jetzt bloß noch Fleisch, dass ich die dann auch bewirtschaften kann. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Ich muss nämlich, ich hab gerade im Kopf. Ich hab so ja noch ein paar gehabt. Kisten. Die jetzt ein Dünger. In der Meinung, ich hatte noch was gehabt. Ich hatte doch noch Dünger. Aber da war ich noch ein paar Jahre jünger. Da hat er nix gekostet, der Dünger. Und ich hab schon mal lange weiter. Schönen gesagt, ich hab Grünzeug. Also wenn ich was hab, ist das Grünzeug. Ich sag mal ja Grünzeug. Grünzeug. Und Eisen rausnehmen und so. Gegen Platz und so. Das da? Mhm. Kann man besser lupen. Wollte mir gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Mach das einfach mal. So, warte mal. Kalkstein lasse ich hier. Das lasse ich hier. Knochen kann ich hier lassen. Ja, das Eisen oben. Jede Menge Schrott mit mir rumschleppe. Moment. Ah, mal gleich. So. Nee, 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 nee. Ja. Nee, 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 nee. Ja. Ja, brauche ich jetzt nicht mehr. Würde ich jetzt sagen. Wenn ein Fehler war, ist es zu spät. So, jetzt habe ich wieder zu viel Plätze mehr. Ich gehe dann über den Objekt hier. Das wäre zu wertvoll, das Fleisch. Mach ich auch nicht. Ich nehme das nicht auseinander für diesen Shit. Für diesen Shit. Ja, Shitigkeit. Hallo. Ich bin jetzt auch gerade und ja, nee, komm her. Die wollen alle nicht zu mir. Ach, nö. Wir wollen die neue Base sehen. Ach, jetzt kommt da doch nur da Wachs. ich habe nicht so volle Zeit. Denn sollen sie hinterher kommen. Ist mir doch egal. Kann ja jeder kommen. Da bilden die sich ein. bin bin die. Nur weil sie tot sind, denken sie können sich alles erlauben oder was. Nee, 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 den Zahn ziehen wir den gleich. So. Wurde ja mal gesagt werden. So, ich könnte jetzt, wie ihr sagt, auch die anderen Dinger bauen. Aber ich brauche jetzt mehr Steine. Die anderen Fallen, die ich auch machen werde. Aber die muss ich immer mit Fleisch bestücken. machen Kopf zu. Bin auf der Suche einer Steine, ja. Ey, haben sie einen Stein? Hallo, haben sie einen Stein? 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 Ich brauche nur einen Stein. Einen Stein. Den suchte ich. Einen Stein. Kein Entrinnen. Hab ich mir gedacht. Stimmt nicht Hans. Das rinnt ja immer. Gut, jetzt haben sie die geschafft. Die sieben, bitte. Muss ich eigentlich hier noch Steine krieren. Warte, 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 und schweck gekloppt. Kostet nämlich Benzin. Ausgaben für nichts. Für nichts. Gar nichts. Gut, stellen wir ein paar Fallen auf. Die uns dann eventuell mit Fleisch versorgen. Und wenn ich das Ding hier oben auf fährt, dann brauche ich auch nicht mal hin und her rennen, um das Zeug zu kreieren. Dann kann ich das hier oben produzieren. Ja, 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 ja. Das war mein Plan. Brauche ich wieder grünet. Wollt ihr mich verarschen? wissen, dass das geil mitnehmen sollen. Hab ich aber nicht. verflucht seist du. Ups. Naja, krieg mir sie größer so platt machen. So werde ich nicht kriegen, aber ist so. Das ist ja auch was. Ich hab einen Samen bekommen. Ich bin einsam. Hahaha. Ha, ha. Äh. Ich werde mir dann hier oben noch die Kiste mit die Samen hinstellen. Quasi eine Samenbank. Sorry, ich brauch dein Fleisch. Als Dünger, ich weiß, das ist pervers, aber das ist ja nun mal so. Spiel verlangt das so. Ist nicht meine Idee gewesen. So, jetzt hab ich das, jetzt hab ich das. Jetzt müssen wir warten, bis das fertig ist. Achso, das ist ja die See, die ich mir hergestellt habe. Ich brauche ja die Werkbank. Ich stelle halt wieder hier hin. Das brauchen wir. Ich brauche bloß noch ein bisschen Holz und äh, ein Brett und ein Holz. Ein Holz und Brett. klar kam ihn. gut. Alles wird gut. Eine Bohle, die ich jetzt hole und ein Brett. Denn das wäre nett, wenn ich das hätte. Mann, und ich habe immer noch kein kein Inventar ist voll. Hallo? Das ist ja wohl falsch. Siehst du, wie leer das ist? Das wird immer leerer. Aber das war eh eine leere. Was habe ich denn jetzt verloren? Na, nur. Suchen, was war das schon gewesen? Ah, schon war drin gestolpert? Ne, ach, das war wieder toll. So, nee, nicht auseinander nehmen. Stopp dit. Ich hasse mich. Das, was ich am meisten habe, was ich jedes Mal wegschmeißen wegschmeiße. Jetzt muss ich wissen, wo ich das hingeschmissen habe. Man könnte auch quasi nach unten laufen. Das könnte man tun. Man könnte aber auch das, was man weggeschmissen hat, suchen. Das ist jetzt schon mal nicht. Das ist nämlich ein Pilz. War hier oben. Aktion sauberer Wald startet jetzt. Ach, mein Kadele, das finde ich doch nie wieder. Spätestens, wenn ich das nicht brauche, den Stolper darüber. Oder das kann schon despawned sein. Kann ja schon weg sein. Ja, ist das weg. Weg. Ich bin wieder ganz allein. Es ist weg. Du bist doch nicht. Nee, du bist nicht. Hier irgendwo habe ich das hingeschmissen. Irgendwo. Irgendwo in nirgendwo. Wie geht's in der Zwischensetzung ins Wien gesammelt? Hat jeder drauf geachtet? tritt? Zwei Größe. Hat er jetzt renne ich hier rum? Die ganze Folge? Naja, wir sind nach der Horde. Nach der Horde ist vor der Horde. Musste machen. Ist gerade ein Flugzeug an rumfliegen. Könnt ihr das mal bitte für ein paar Sekunden unterlassen? Dankeschön. So, jeden kann ich noch, Ja, okay, kann ich nicht. Kann ich nicht. So, eins, zwei. Bauen? Ja. Hinsetzen? Korrekt. So, ich brauche aber, das hat mir nämlich gedacht, brauche ich nämlich die Stufe. Sechs. Was war das? Da war nicht so viel, was die gebraucht habe. Ich nehme zurück. Ich brauche Nägel, Steine und Bretter. Moment mal. Achso, dann müsste ich das hier aufwerden. Ach, wie es wird. Man gönnt sich ja sonst nichts. Warum ist nicht kaputt gewesen? Fragen wir Fragen. So, zwei Stück. Das reicht gerade. Ich meinte natürlich, das war genauso geplant. So, jetzt kann ich mir die Steine herstellen und ich brauche Steine und Bretter. habe ich wie viele ach, wie ist was? Wieder habe ich oder ich brauche es. Ich brauche es immer noch. Dann brauche ich bloß noch die Nägel. Dann sind wir hier oben was Gartenarbeit angehen tut autonom. Autonom der Autonom Es tut mir leid, dass es heute die spannendste Folge ever ist. Ich wollte es heute nicht so spannend machen. Habe irgendwie mal gedacht. So, Nägel. Könnte mir wenigstens ja kann ich. So, wie geht doch. Nägel. Machen wir 20 kann hier schaden. So, die 6 bitte. Danke schön und fertig. fertig. So. Gut, wie gesagt, dazu brauche ich jetzt das Fliech. Was ja nie so in die Kasse reingespult wird. Das ist ja nur hier alles in der Mache. Warte mal, das machen wir mal. Das kann ich nicht auseinandernehmen. Das geht nicht. Das ist viel zu wertvoll. Naja, für das nächste Mal aber. Kriegen wir da eh einen Baum her. Nein! Nicht das aus der Hand. Du machst unkontrollierte Sachen. So, also, Bäume ist fertig. Ihr Ströp muss noch. Da muss noch ganz viel muss da noch. Wie gesagt, ich brauche ich muss erstmal warten, bis es Fleisch durch ist. Bis es durch ist, bis es da ist, bis es sich hier neben ist zu sterben. So, das Öl dürfte auch noch nicht fertig sein, aber ich kann jetzt erstmal kicken, dass ich versuche die Strömlichkeiten aufzuwerten. Jawohl. Dass wir in Ruhe strömeln können. Das ist gut. In der Zwischenzeit wird da ein oder zwei Fleischere laufen. Und das werden wir Massenproduktion umbauen. Da wird eine Tierhorde durchlaufen müssen. Fertig. So, gut, die sechste. Ich brauche, wie gesagt, diese Chips. Also, ein paar Chips mehr. Jetzt brauche ich bloß noch noch. Ja, gut, ein paar Chips brauche ich noch und ein paar Nieschilze. Nieschilze war ja nicht das Problem, hatte ich ja gesagt. Aber gleich mal 100 Stück war. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr kann ich machen. Oh, Chips brauche ich Kabelte. Kabelte. Das ist nicht so viel. Aber ich hatte ja gesagt, das müsste ja auch nochmal Eisen farm gehen. Eieieieiei, ja, das müsste es da. So, warte mal. Ich werde erstmal bloß die aufwerten, weil die nämlich durchgehend produzieren. das ist der Plan. Okay, Plastik mehr. Ach, du wirst mich doch haschen. Aber ich gehe mal davon aus, dass da will was drin kommen wird. Naja, gut. Ist eine gute Anzahlung. Ist eine wichtige Anzahlung. So, warte mal. Äh, so. Ne, da brauche ich ja das andere Ding. Wollte nämlich mal kurz, ich habe die ganze Zeit immer bloß hochgewertet, aber wie ist denn der Unterschied des Strömels? Hä? Achter, ich habe sowas umgeschoben. also, 25, 50, also der Doppelte. Naja, gut, wa? Ist im Teil doppelt die Moppet. Upgrading. Aber noch wichtiger ist im Teil die Batterien. Also, ich kann ja Strom produzieren, bis ich glühe. Das bringt uns alles nichts, wenn die Tier näherin passt, ne? So, das heißt, ich muss erstmal so einen Motor herstellen, Plastik brauche ich auf jeden Fall jede Menge und Titan. Und machen wir zuerst Titan. 18 Stück. Ja, gut, warum nicht, ne? Warte mal, ganz kurz. Gut, die könnte, nee, mach ich nicht. Ja, ja, ist ja, warte mal. Dann stellen wir uns erstmal ein paar Motoren her. Ach, okay, machen wir doch nicht. Machen wir nicht. Das heißt, ich mach jetzt erstmal mein Inventar leer. Wir machen nämlich jetzt Feierabend, dann hab ich Ruhe, Zeit, das leer zu machen und wir werden morgen wohl erstmal nochmal hier bleiben müssen, Eisen zusammen farben, weil wir müssen das fertig kriegen. Aber ich sehe, das funktioniert noch schon. Der Garten ist ja soweit nicht fertig. Aber es wird Material für die Bäume und so, äh, für die Feilerin kommen. Das wäre eine Sache, worauf wir uns nicht um kümmern müssen. Tiere ist auch jetzt rum gekümmert, wenigstens ein bisschen. wird noch besser. Wir werden in eine Massenproduktion einsteigen und ich werde hier wahrscheinlich auch noch ein paar Maschinen wegen Eisen hinstellen. Schon wegen des Kupfer. Dann muss ich zwar viele mehr Repair-Kits herstellen, Wartungskits, aber ja gut, dann ist es eben halt so. Masse statt Tasse. So, ich sag es euch. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich mache jetzt den Feierabend, wie gesagt, unseren Tschö.